Wenn du mal ein krankes Elfenmatch sehen willst, dann müssen wir uns ein bisschen mehr anschauen von der zweiten Runde, glaube ich, gegen Living End. Das war, ich glaube, auf meiner Seite in einem Match sind drei verrückte Sachen. Wir sind aber gegründet, ich gebe das. Ja, ich gebe es. Schock. Ich kann die relativ wurscht sein. Nein, das ist mir lieb, sonst kriegst du Delirium. Ja, das ist mir lieb. Ja, genau so, Delirium. Okay, ja, das ist genau das. Du kannst du gerne hängen, wenn du die E.U. sind und kann ich sehen. Ja, aber ich habe das gar nicht zu meiner Bühne, Dinger. Wenn du deine oben gesprayten Karten... Vielen Dank. 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 Ja. 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 Das ist nicht so leicht, aber das ist so ... Ja. 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 Das ist natürlich ... Sie haben sechs ... Vielen Dank. 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 Ja. 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 Vielen Dank. 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 Sorry, Vielen Dank.